Das hier ist keine Straße für dich. Du wusstest es nicht heute Nacht, nicht für dich. Hier ist kein Ort, an dem dieser Koffer sein sollte. Du hättest das Haus nicht verlassen sollen. Du hättest es nicht verlassen sollen. Und während du gegen den Wind läufst, den Anfang Oktoberwind, drehen sich Kupfer nach dir um, verfolge dich, Augen starren dich an. Diese Straßen sind keine Straßen für dich. Finger zeigen auf dich und du stolperst.